Hallo, Markus hier von MarkusFotos.de. Heute möchte ich mit euch mal wieder ein Foto bearbeiten. Und zwar soll es diesmal um dieses hier gehen. Das, was wir vor euch sehen, ist schon das fertige Ergebnis. Also das ist das, wo ich mit euch gerne hin möchte. Und bevor wir anfangen, vielleicht ein klein bisschen darüber, wie dieses Bild entstanden ist. Zunächst mal sehen wir, dass das Ganze, hoch die Palette wollte ich nicht haben, bei einer 200 Sekunde geschossen worden ist. Das deswegen, um möglichst Bewegungen, die vielleicht in dem Rauch sind oder durch das Modell entstehen, zu minimieren oder einzufrieren. Die Blende hat sich mehr oder weniger aus der gewünschten Schärfentiefe ergeben. Und was vielleicht ganz interessant ist, ist hier die ISO 400, die vielleicht im einen oder anderen relativ hoch erscheint. Die hat aber den Vorteil, dass man beim Blitzen mit den ganz normalen Aufsteckblitzen, die wir hier benutzt haben, natürlich einiges an Batterie spart, weil man einfach mit viel weniger Leistung blitzen kann. Das Ganze ist fotografiert mit einem 35mm Objektiv. Und um jetzt mal zu zeigen, wie der Lichtaufbau da so ein bisschen war, zeige ich euch mal gerade dieses Foto hier. Da seht ihr also hier jemanden, der eine kleine Softbox mit dem darin erkennbaren Aufsteckblitz hält. Und damit im Prinzip das Modell hier von oben beleuchtet. Und um hier noch ein klein bisschen Freistellung in das Bild herein zu bekommen, man sieht es hier, und auch den Nebel noch so ein bisschen deutlicher vortreten zu lassen, gibt es noch einen Blitz, der sich hinter ihr hier auf der Treppe befindet. Und das ergibt im Prinzip, wenn man die Blitze mal nur einzeln feuert, hier habe ich mal nur den Blitz von hinten kommen lassen, da seht ihr, dass sich hier um sie herum so ein Lichtkranz bildet, der sie so ein bisschen vom Hintergrund freistellt. Und wenn man dann nur das Licht von vorne hat, das heißt den Blitz, der hinten auf der Treppe lag, ausgeschaltet hat, dann seht ihr, wie viel dort von der Softbox an Licht kommt. Das ist also hier in dem Fall unser Hauptlicht. Zusammen im Ergebnis ergibt es dann so etwas, wenn dann noch ein bisschen Rauch dazukommt, wie man das hier sehen kann. Ja, machen wir uns mal ins Bearbeiten. Ich blende das aus und setze hier auch noch mal die Einstellungen zurück. Das ist das Bild, so wie die RAW-Datei aus der Kamera kam. Und ich möchte halt hier ganz gern diesen etwas kälteren Look haben, den wir eben auch gesehen haben. Deswegen schaue ich erst mal, was wir hier an den Einstellungen machen. Also zunächst mal bin ich hier hingegangen und habe ihn von der Farbtemperatur hier drüben schon mal etwas verändert und versuche hier mal schauen, wo mir das Ganze gefällt. Ja, ich glaube, das finde ich ganz gut. An der Tönung verändere ich nichts. Schauen wir uns mal hier die Belichtung an. Und da kann, denke ich mal, ein ganz klein bisschen dazu. Nicht so viel. Ja, ich denke, das passt mir ganz gut. Was ich gern sehen würde, wenn ich hier oben auf diesen kleinen Pfeil klicke, sieht man, dass es gibt so ein paar Stellen, die ausgebrannt sind. Und hier kann ich durch den Regler Wiederherstellung zumindest so ein ganz klein bisschen gegensteuern. Wenn es so ein bisschen rot verbleibt, das ist eigentlich nicht weiter tragisch. Das kann ruhig so bleiben. Schauen wir mal mit dem Aufhelllicht können wir hier in ihrer Kleidung noch so ein paar Details wiederholen. Das würde ich hier auch ganz gerne mal machen, aber nicht zu viel. Ich denke, ja, hier so ein Wert von 14 gefällt mir. Schauen, dadurch sind ich wieder so ein bisschen... Ich draufklicke, bleibt es eingerastet und die Markierungen bleiben dann in Rot. So, verändern wir das ein bisschen noch. Schauen wir mal weiter. An den Schwarztönen will ich mal nichts verändern. Schauen wir mal, was wir mit der Helligkeit noch machen. Ein klein bisschen mehr Helligkeit hätte ich ganz gern. Und Kontrast würde ich sagen, den lasse ich wieder wahr. Schauen wir mal mit der Präsenz. Bei der Klarheit füge ich ein bisschen was hinzu, aber nicht allzu viel. Da kann man auch mal reinzoomen. Dann sieht man, dass die Klarheit hier hauptsächlich dafür da ist, um so Strukturen etwas hervorzuheben. Und da will ich nicht allzu viel von haben, denn es hat auch den Nachteil, dass es häufig die Haut auch so ganz eigenartig erscheinen lässt. Und das möchte ich an dem Punkt jetzt hier nicht. An der Sättigung möchte ich noch ein bisschen schrauben. Und zwar möchte ich das Ganze hinterher so ein bisschen kälter haben und in diesen Blautömen. Und da möchte ich ganz gern ein bisschen Farbe reduzieren, aber auch nicht allzu viel. Halt einfach nur so, dass das Gesicht schon nicht mehr ganz so rosig aussieht. An der Kurve verändere ich nichts. Das lasse ich auf mittleren Kontrast. An HSL möchte ich auch nicht dran. Um jetzt hier dieses Blau reinzubekommen, möchte ich die Teiltonung missbrauchen. Die nutze ich zwar hauptsächlich im schwarz-weißen Bereich, aber ich denke, man kann die auch hier ganz gut benutzen. Und ich wähle mir jetzt hier mal einen Blauton aus, den ich da gleich so ein bisschen drüberlegen will. Was nehmen wir denn hier? Da kommen wir der Sache schon näher. Und mit dieser Abgleichfunktion hier kann ich bestimmen, wo quasi die Grenze zwischen Lichtern und Schatten liegen soll. Und ich möchte, dass die Grenze hier erst relativ spät kommt. Und hier finde ich ganz gut. Das finde ich auch ganz in Ordnung. Sättigung 50. Ja, das hat so ungefähr den Effekt. Ich schalte das hier mal so ein bisschen ein und aus. Dann könnt ihr sehen, wie diese Teiltonung auf die ganze Geschichte wirkt. Schauen wir mal bei den Details. Da geht es ums Schärfen. Da wählt man sich am besten hier mit diesem kleinen Picker dann zum Beispiel ein Auge aus. Und geht jetzt hier mit der Schärfe so lange hoch, bis man also hier im Auge oder rund ums Auge das Ganze deutlich schärfer sieht. Man sollte das allerdings auch nicht übertreiben. Dann sieht es gern mal überschärft aus. Ich finde es hier ganz gut. Und jetzt kommt das Maskieren. Und damit das einfacher geht, kann ich euch empfehlen, drückt auf eurer Tastatur die Alt-Taste oder auf Mac diese Auktionstaste und dreht dann an den Regler. Dann seht ihr, dass im Prinzip hier angezeigt wird, nämlich immer das Weiße, wo die Kanten sind, die geschärft werden. Und wenn ich jetzt hier bin, dann seht ihr, dass so ziemlich alles geschärft wird und dann hat das auch keinen richtigen Effekt mehr. Und es werden halt eben auch irgendwelche Texturen geschärft oder auch Hautunreinheiten oder Ähnliches. Und das will ich ja eigentlich nicht. Und deswegen gehe ich hier mit eigentlich so lange hoch, bis ich wirklich eigentlich nur noch Konturen habe. Und wenn ich das dann loslasse, dann könnt ihr jetzt hier, ich zoome hier mal ein bisschen näher ran, dann könnt ihr jetzt auch sehen, wenn ich hier das Schärfen ein- und ausschalte, hier ist es jetzt wesentlich weicher vom Bild her, als wenn ich das Schärfen einstelle, dann wird es was deutlicher im Auge. Ich könnte hier sogar, glaube ich, noch ein bisschen was dazugeben. So. Das ist es im Bereich des Schärfens. Und was ich jetzt hier noch machen möchte, ich habe mit dem 35mm Objektiv fotografiert. Und da gibt es hier die Möglichkeit, eine Korrektur anzuwenden für die Verzeichnung, die das Objektiv macht. Und da braucht ihr im Prinzip eigentlich nur den Haken zu setzen. Und wenn Lightroom hier in der Lage ist, das richtige Objektiv zu erkennen, dann passt es das eigentlich auch schon ganz von alleine an. Und ihr seht, dass da tatsächlich das Ganze so ein bisschen glatt gezogen wird, nenne ich das jetzt einfach mal. Ja, damit ist im Prinzip die Bearbeitung zu Ende. Das ist der Bildlook, den ich haben will. Was ich jetzt noch machen könnte, oder auch machen werde, ist hier eine kleine, unter Effekte, eine kleine Vignette hinzufügen, um so ein bisschen von dem Drumherum auszublenden. Allerdings nicht so viel, dass mir hier die Schuhe komplett im Schwarzen verschwinden. Also wenn ich das jetzt hier übertreibe, dann wird mir das da unten so ein bisschen zu dunkel. Und da möchte ich eigentlich nur so ein bisschen weniger haben. Mal gucken, wo ich da hingehe. Wahrscheinlich ungefähr so. Ja, das wäre mein fertiges Bild, das ich jetzt so exportieren würde. Ich hoffe, es hat mir Spaß gemacht zuzuschauen, und inspiriert euch selber mit Lightroom, hier mal ein bisschen auszuprobieren bei eigenen Bildern. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.